Es war ein bisschen kurzer nachfällig, Jujo, muss man sagen. Das war früher mein Zuhause. Es kann auch durchaus sein, dass es ein kleines Programm ist, was im Hintergrund läuft, was quasi einen Körnel dazu bringt, abzustützen. Und zwar ein Domain-Umzug. Wir richten die E-Mail-Adressen jetzt endlich mal vernünftig einfach. Was ich hier sehe, und das ist das, was ich euch beim Kauf gesagt habe, ihr habt ein System importiert. Ich sage ein Aufregend, wenn euch Dinge so abnatzen, ihr könnt diese Energie nutzen. Ja, und in dieser Situation bin ich gerade wirklich tief drinnen. Für mich ist tatsächlich nicht die Frage, was wäre ich wesentlich, den Land nicht gemacht hätte, sondern... Kilian, mach den Takeover. Ich packe ihn jetzt den da. Ist ja deiner jetzt. Ja, wir starten at the bottom, weh no option but to go up. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es ist wieder Montag. Jojo fällt gerade wieder aus dem 15 Stock runter. Was für ein schöner Ort hier. Wann kann es endlich auch für den Jojo bergauf gehen und von ganz oben auf die Stadt herunter gucken. Das ist mein absoluter Traum. Hallo. Dafür muss der Jojo noch ein bisschen was tun. Gerade zwei MacBooks abgeliefert. Schon beim Zahnarzt gewesen. Es war ein bisschen kurze Nacht für den Jojo, muss man sagen. Weil Ginger heute Nacht um vier dachte, sie hätte immer Bock auf einen fetten Burger. Ne, die wollte wirklich essen und hat richtig Alarm gemacht. Musste aber dann noch bis sechs Uhr warten. Dementsprechend bin ich ein bisschen, ich könnte auch ein bisschen schlafen, aber gut. Jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, bei der Roten Ampel hier, Freunde, das war früher mein Zuhause. Jetzt nicht der Knast, aber ich habe direkt gegenüber vom Knast und zwar hier drüben. Da habe ich gewohnt. Das war meine erste Station in Berlin. Einfach krass. Ich muss dazu noch mal ein extra Video machen, dann werde ich euch das noch mal ein bisschen näher erklären. Die erste Wohnung in Berlin, direkt neben dem Knast. Nächste Woche, Dienstag, 14 Uhr, ne? Perfekt. Schöne Pfingsten schonmal. Ja, dir auch. Mach vorsichtig. Mal recht. Das mache ich. Tschüss, die Lebs. Danke dir. Tschö, tschö, tschö. Noch mal schnell was zum Frühstücken geholt, weil es geht heute, wir haben noch gar nicht besprochen, was heute eigentlich alles passiert. Durchs regnerische Berlin machen wir uns jetzt auf den Weg zu unserem dritten Termin. Der beginnt in neun Minuten. Gerade noch einen Anruf gekriegt von einer Kundin, die bei mir ein MacBook Pro 16 Zoll gekauft hat. Starte ein MacBook Pro 16 Zoll random neu. Es kann auch durchaus sein, dass es ein kleines Programm ist, was im Hintergrund läuft, was quasi den Kernel dazu bringt, abzustürzen. Aber das müssen wir heute Abend erstmal checken. Das heißt, der Tag wird noch ein bisschen länger, 18 Uhr. Next Appointment ist jetzt ein kompletter Umzug. Und zwar ein Domain-Umzug. Wir richten die E-Mail-Adressen jetzt endlich mal vernünftig ein von Pop auf IMAP. Ja, das Thema Pop IMAP, habe ich schon oft drüber geredet. Und das werden wir jetzt hier mit dem Kunden angehen, weil die sind noch mit fünf Leuten und alle arbeiten noch mit dem Pop-Servern. Deswegen machen wir gleich den Umzug auf einen neuen, richtigen, guten deutschen Server, wo die Daten sicher sind und richten alles auf IMAP ein. Es dauert vier Stunden. Wir sehen uns später. Server ist umgezogen, beziehungsweise wir haben den KK-Antrag gestellt, haben jetzt soweit alles vorbereitet. Alle E-Mail-Adressen sind eingerichtet. Das heißt, in dem Moment, wo der Server umgestellt ist, wo die MX Records aktualisiert sind, kommen wieder Mails an. Und dann müssen wir nur noch auf zwei Rechnern die Mails wirklich einrichten. Auf allen anderen habe ich hier schon vorangelegt, dass das quasi alles eingespeichert ist. Und sobald die Server verfügbar sind, können die abgerufen werden. Ich hoffe, 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 dass das heute noch passiert. Ich habe so ein Tool eingerichtet, da kann man die MX Records abfragen, automatisiert. Und sobald die umgestellt sind oder wechseln, kriegt man eine Mitteilung, damit sobald das umgestellt ist, wir hoffentlich noch schnell die E-Mails heute einrichten können. Weil ich bin relativ knackig voll bis Pfingsten und ich würde gerne Dinge abschließen, dass das Thema so schnell wie möglich durch ist und da nicht noch so viel Nacharbeiten eventuell kommen. Bleibt uns ziemlich viel Zeit. Eine Viertelstunde ist der nächste Termin, wo wir ein E-Mail-System ändern und zwar auf ein anderes Programm. Checko. Was mich auf jeden Fall extrem beruhigt, die PD war noch nicht da. Das heißt, wir haben noch eine Chance, dass die PD heute kommt. Ne, aber da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Das ist genau das, was ich euch gesagt habe, als ihr ein Rechner gekauft habt. Was ich hier sehe und das ist das, was ich euch beim Kauf gesagt habe. Ihr habt ein System importiert über Time Machine, was vier Jahre alt ist. Ihr habt die ganzen Dateien mitgenommen. Wenn ich hier reingucke, deswegen muss ich euch sagen, das ist absolut ein Software-Problem. Das ist kein Hardware-Problem. Das ist einfach ein System, was veraltet ist. Und ich hatte damals gesagt, ich habe das gerade auch nochmal nachgeschaut, dass ich ein Clean Install empfohlen habe und der wurde aufgrund der Kosten möglicherweise, weiß ich nicht, abgelehnt. Und jetzt kann ich nicht diese Arbeit machen, weil ihr jetzt das Problem habt, dass quasi die Software... Naja, aber versteht ihr, ich kann doch jetzt nicht die Arbeit, die ich euch damals angeboten habe, die kostenpflichtig ist, jetzt umsonst machen, weil ihr sagt, wir haben den Rechner gekauft und es ist ein Hardware-Problem. Es ist kein Hardware-Problem. Zwei Hausaufgaben. Erstens sehe ich, ihr habt ein Backup von 2019, November. Ja, die Corona-Krise ging im Februar los. Es hätte auch, wenn ihr Anfang Februar ein Backup gehabt habt, okay. Aber das ist aus November. Also, ja, Backup machen. Dann habt ihr nicht das letzte Update von Katalina drauf, was auf jeden Fall braucht. Und vorher brauchen wir hier nicht weitermachen. Muss ich so sagen. So Leute, das gibt mir auf jeden Fall eine gute Grundenergie. Ihr könnt solche Sachen, wenn euch Sachen aufregen, wenn euch Dinge so abnatzen, ihr könnt diese Energie nutzen, positiv nutzen. Und das werde ich nämlich heute tun. Jetzt gibt es das immer für den Juju hier einen schönen Espresso. Was für ein Frechdachs-Dekunde, Alter. Der wollte mich schön abnatzen. Never, ever, ever. Never, ever, ever. What up, what up, what up. Wunderschönes Wetter hier in Berlin heute. Es ist wirklich Sommerwetter. Sommerfeeling. Bin ein bisschen zu dick angezogen und auch schön dunkel. Das ist super spannend, dieser Prozess in der Selbstständigkeit, wo man immer hin und her wechselt zwischen wegdelegieren, Dinge sozusagen an andere übergeben und dann auch wieder zurückkommen zu sich und zu sagen, ich mache gewisse Dinge selber, um dann wieder festzustellen, okay, jetzt ist es vielleicht zu viel. Es muss wieder was weggegeben werden, weil natürlich der Markt sich auch permanent verändert bzw. anpasst. Dann ist mal wieder viel los, dann ist wenig los und dann switcht man immer so ein bisschen hin und her. Das ist auf jeden Fall gerade eine Sache, mit der ich extrem viel zu tun habe, um auch den Stress sozusagen zu bewältigen. Und ihr wisst ja, sag ich mal, dieses Stressthema und so weiter, das versuche ich auszugleichen durch Meditation, Yoga und dem auch Raum zu geben. Manchmal, sag ich mal, wenn natürlich sehr, sehr viel los ist, dann muss man sich wirklich dazu zwingen, diese Ruhe auch einzufordern und die dann beispielsweise morgens vor der Arbeit auch fest mit einzuplanen. Ich würde jetzt schon sagen, in dieser Gesamtsituation, wie sie jetzt ist, ist der Stress schon relativ hoch. Das hängt einfach mit vielen Faktoren zusammen, die mit den Projekten zu tun haben, die ich vorbereite bzw. auch mit dem aktuellen Business. Und es ist natürlich so, wenn du Last Line of Defense bist, also wenn du der Letzte in der Reihe bist, dann liegt alles auf deinen Schultern bzw. du musst entscheiden und du trägst auch die Verantwortung. Ja, und in dieser Situation bin ich gerade wirklich tief drin. Kleines Penketsch für den Luca, vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht auch nochmal eine Info an alle da draußen. Ich weiß, manche können es nicht lassen und schicken mir irgendwelche Sachen an meine Privatadresse, kommen vorbei, klingeln usw., weil sie irgendwie die Adresse rausgefunden haben. Ich würde euch einfach bitten, davon Abstand zu nehmen. Ich bin nicht cool mit solchen Sachen und ich werde auch nie cool reagieren, wenn das passiert. Von der Seite sage ich mal, hier könnt ihr gerne vorbeikommen, im Joker Studio wäre keine Frage. Die Adresse findet ihr auch im Internet. Hier könnt ihr auch mal vorbeikommen, mal klopfen vorsichtig und fragen, ob ich Zeit habe. Dann bin ich super easy. Aber wenn das meine Privatadresse ist, da habe ich null Toleranz. Von der Seite bitte respektiert mein Zuhause. Also, mal gucken, was ich hier Schickes gekriegt habe. Nur der SVB. Das ist doch Düsseldorf, oder? Limo Joel hatte dein Video gesehen, als du dieses Gadget kommentiert hast und fand es auch ganz praktisch. Als ich es mir bestellt habe, dachte ich mir, dass ich dir eins mitbestelle. Viel Spaß damit und mach weiter so mit deinen Kanälen. Beste Grüße Alex an bei noch ein anständiger Erste Liga-Untersetzer für deine Kaffeetasse. Nee, das ist Frankfurt, ne? Eintracht Frankfurt. Passt natürlich perfekt hier in mein schwarzes Ensemble. Ich weiß nicht. Ich werde Ihnen vielleicht Kunden anbieten. Ich selber könnte jetzt schwer damit leben. Alex, aber es ist eine mega cool Aktion. Wir hatten uns das im Livestream angeguckt. Dieses Teil. Und zwar ist das richtig nice. Multifunktional. USB auf Lightning. Dann hat man hier noch Lightning auf USB-C. Und das Ganze kann man hier in dieses Ding reinsetzen. Das ist mega geil, Alex. Das ist sehr, sehr sweet von dir. Hier drinnen, ich weiß nicht ein bisschen, doch. Da könnt ihr auch noch ein SIM-Tool quasi tauschen. Kommt hier in meine Joker Stuff, wo mein wirklich ganzer Stuff drin ist. Wie ihr seht, sind da alle meine Kabel, Fächer, Festplatten, Adapter, USB, SD-Karten. Habe ich immer dabei. Findet ihr im Joker Store. Kleine Werbung am Rande. Bei dem ganzen Stress, sage ich mal, seit dem letzten Jahr. Also letztes Jahr um diese Zeit hatten wir, oder hatte ich vor allen Dingen den Stress auch mit dem neuen Laden hier und der Umsetzung. Und ja, auch eine Aufnahme von einer völlig neuen Situation, die natürlich eine Investition war und wie es das Outcome, was bringt mir das letztendlich, war ja auch sehr oft jetzt die Frage, wo Leute gesagt haben, hat es sich für dich gelohnt, noch den Laden zu machen, wenn du eh keine Öffnungszeiten machst und hat es irgendwie Sinn gemacht, das Ganze jetzt zu machen oder hättest du das lassen sollen und so weiter. Für mich ist tatsächlich nicht die Frage, was wäre gewesen, wenn ich den Laden nicht gemacht hätte, sondern für mich ist eher die Frage, wo wäre ich jetzt, wenn ich den Laden nicht hätte, weil das natürlich eine absolute Repräsentation ist von Joker und stellt euch einfach vor, wenn ich jetzt noch zu Hause das Ganze machen würde, es ist einfach der Look, a Feeling für die Kunden, für die Leute, die Joker buchen, ist ein völlig anderes, wenn die herkommen oder das im Internet so sehen, als wenn sie einfach eine anonyme Seite sehen, wo keine Bilder zu sehen sind, keine Informationen zu finden sind. Deswegen nach wie vor ist das die richtige Entscheidung gewesen, weil sie es Joker einfach auf ein anderes Level gebracht hat, von Branding her, vom Standpunkt her, Batteries alle, wie Joker von außen gesehen. Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Vlog vom Fahrrad. Kein von Moff, kein von Droff, kein von Droff, einfach mein altes, schickes Damenfahrrad und ein Kaffee to go, so geht es zur Arbeit, wie seit Jahren. Ein bisschen Sport reingeballert, passt doch. Ja gut, ich sag mal, wenn das für dich immer ein festes Setting ist, womit du arbeitest, also du nimmst mit dem iPhone auf oder mit dem iPad spielt ja keine Rolle und schneidest das da drauf und das sind, sag ich mal, klein, also das ist jetzt kein hochaufwendiger Schnitt, denn kannst du mit dem iPad, ist es tausendmal schneller als das teuerste MacBook, also die sind super schnell die Dinger. Ich glaube, langfristig gesehen ist für dich ein MacBook besser, weil du wirst dich auch weiterentwickeln, du wirst neue Dinge dann überlegen, die du vielleicht in die Videos einbaust, da für deine Selbstständigkeit und so weiter und dann bist du ein bisschen eingeschränkt auf dem iPad. Also langfristig würde ich auch sagen, ist ein MacBook besser, weil du hast mehr Variationsmöglichkeiten, super sweeter Kontakt, ja, was ist heute los? Es ist super voll, heute ist der komplette, ich glaube, ihr hört das wahrscheinlich in jedem Jogger Weekly, aber es gibt halt einfach Tage, die sind ultra, ultra voll, dass ich nicht mal dazu komme, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich habe jetzt sechs Kunden gemacht, hier sind zum Glück, ist noch ein bisschen was angekommen, unter anderem ein ... Hier gibt es jetzt schon die Übertragung vom MacBook, das heißt, der kann das heute endlich abholen, der wird so glücklich sein, der war schon richtig sauer auf mich, der Kunde muss nicht sein. Ich meine, es ist hier nicht meine Schuld, aber er wartet Ewigkeiten auf sein Gerät und jetzt ist es heute endlich gekommen, das heißt, er kann es auch abholen. Ich hoffe, dass er es auch heute Nacht wirklich holt, dass ich sie auch weg habe, weil es sind für mich immer die unangenehmsten Momente, wenn man so lange jemanden hinhalten muss. Ich kann nichts dafür, weil es halt in dieser Phase schwierig ist, die Daten zu, die Macs zu bekommen. Gingy, du bleibst hier und passt schön auf, ne? Gleich. Du bist fein. Bis gleich. Wir müssen jetzt nämlich einmal ein Mac Pro abholen. Ja, Freunde, leider hat dieser Mac Pro noch keine 700 Euro Rollen gehabt, sonst hätte ich die jetzt schön hier über einen Pflasterstein gezogen. Jetzt haben wir zwei Kumpels hier, einmal ein schweres Kumpelinchen, hier einen alten, leeren, den müssen wir uns jetzt mal anschauen. So, der soll angeblich nicht mehr starten. Oh, was für ein Wunder. Den werden wir uns jetzt später angucken müssen, genauso wie den hier. Ich habe einen neuen Drucker bestellt, einen Megateil fürs Office. Den müssen wir irgendwo schön unterbringen, dass er gut reinpasst. Jetzt, Gingy, machen wir uns auf den Weg nach Hause, ne? Wartet nämlich schon die ganze Zeit. Und ja, die Woche wird nicht so enden, wie die anderen Wochen, sag ich mal, weil, wie ich euch gesagt habe, braucht der Jojo mal eine Pause. Ich habe es auch gestern im Livestream gesagt. Einfach sehr, sehr viel Druck im Moment da gewesen. Jetzt entspannt sich das so ein bisschen, aber ich habe jetzt entschieden über Pfingsten. Donnerstag, Freitag mache ich frei. War zu meinen Eltern, verlängertes, sehr, sehr langes Wochenende. Haben ja auch viele geschrieben, dass sie sich darüber freuen würden, wenn wir wieder Daily Vlogs kommen. Ich habe da auch mega Bock drauf. Ich muss heute mal gucken, wie ich sie auch zeitlich unterkriege. Guck mal, wer da ist. Gingy, den kennst du ja wohl. Den kennst du ja wohl. Den kennst du doch wohl. Wie fein, wie fein. Wie süßig, wenn der Sonne saß. Und dann habe ich nach vorne wohl stehen. Ja, da ist er wieder. Sie gehen jetzt mal noch ein bisschen fröhlicher. Sie ist so. Ja, ja, ja. Hi. Kilian, was wird denn das jetzt hier? Es sieht ein bisschen so aus, als ob mein Studio ausgeräumt wird. Ich mache zu und es ist hier gerade Sale. Genau. Bei den Mac Leinanzeigen habe ich mir einen Mac Pro drin gehabt. Dann bin ich einfach mal vorbeigekommen. Aber wie Kilian kennt, wird er nicht nur diesen Mac Pro mitnehmen, sondern noch ein bisschen was anderes. Wenn er noch ein paar hier rumstehen, dann würde ich noch ein paar hier sehen. Sellout ist hier im Joker-Studio. Kilian macht den Takeover. Ich packe ihn jetzt den nach. Ist ja deiner jetzt. Zeig mal, was du drauf hast hier mit deinem Kofferraum. Mini, aber... Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen rutschen. Ich muss ihn noch fixieren. Ja, Logan. Du, hey. Ist ja jetzt deiner. Kannst ja machen, was du willst. Ich würde den Saugroboter gerade auch noch mitnehmen, wenn du den verkaufst. Na klar, kannst du haben. Aber Gingy bleibt hier. Oh, ich dachte, die gehört dazu. Gingy, du bleibst schon hier, ne? Du bleibst schon hier. Ich brauche mich auch. Gegen meinen Mac Pro. Also hier ist der Sock. Willst du den auch noch haben? Oder reichen dir jetzt die beiden? Oder willst du den noch mitnehmen? Ach so, was ist eigentlich mit dem hier? Den hätte ich auch noch an zu beten. Das ist aber kein Mac Pro, ne? Nur Pro. Sorry. Da ist auch noch Dreck drin. Den kannst du auch haben. Ja, ja. Willst du nicht das Ladegerät mitnehmen? Eigentlich ist es nämlich so, dass ich all die Sachen mitnehme, um sie zu putzen. Das ist alles so dreckig. Komisch bei dem Staubsauger. Dann mach's gut. Viel Spaß damit, ne? Tschüss, tschüss. Ja, Kilian hat hier mal ein bisschen geräubert im Junkerstudio und hat mal alles mitgenommen, was man irgendwie mitnehmen kann, was irgendwas mit Pro zu tun hat. Er hat ja jetzt sein Mac Pro bekommen. Ich bin mega neidisch, aber ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Ich werde dazu nochmal eine extra Reaction machen, wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Für mich geht es jetzt erstmal wirklich fünf Tage ein bisschen runterkommen, ein bisschen Ruhe. Fahren heute zu meinen Eltern und bleiben da über Pfingsten. Die letzten Wochen waren einfach mega krass von der Belastung her. Ich kann das euch jetzt noch nicht erzählen, weil, wie gesagt, es ist noch nicht alles spruchreif. Aber es waren einfach hier arbeitsmäßig und entscheidungsmäßig und Dinge, die zu regeln, waren sehr, sehr heftig. Dass ich einfach gemerkt habe, ich brauche einfach mal kurz eine Ruhe. Ich muss mal kurz runterkommen. Ich muss mal kurz wieder durchatmen. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Break. Ich möchte nächste Woche dann wieder voll durchstarten können. Mal wiederholfen. Mal wiederholfen. Übernen. Mal wiederholfen. Mal wiederholfen. Kein positive. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.